und aus der 5 war es besser ist mein leben oder deinem 5 nee das war dieses scheiße ja schon der will aber egal wenigstens groß sein ist als nichts ja gut wenn man groß ist ja gut habe ich jetzt gesagt er froh dass er wieder kommt er hatte flügel was hat er jetzt was bringt das in den level egal einfach nur groß sein einfach zwei leben haben das würde ich hier was richtig bringen auch beim endgegner er wird doch sowieso wieder ein bisschen pizza kondomgeister weggehen du stirbst auch ist klar weil ich den hasse da ja ich springe auch noch davor rein in den ja weil er dich mag super mario sei stark wir müssen es nur öffnen wenn du gleich tot ist wir müssen das schaffen ja ja ich weiß weil wir müssen dann wieder zu neuen weil den neuen ist die röhre zum könig total beschissen hat die nur punkte gebracht mir auch nicht egal aber das unter wasser sowas zu haben ist dann nicht generell besser ja oder den frosch keine ahnung kann sein aber bringt bei den viechern trotzdem nichts ach du wichser eigentlich muss man immer voll abwarten bis so ein kondomgeist verschwindet naja auch sehr klein irgendwie landen wir bei denen wenn wir klein sind ich habe gesagt man braucht nur zwei leben und das ding ist frei klar morgen klaumen hast du doch eh nicht also soll man ruhig was machst du da eh nicht falsch gedrückt ja genau war das manchmal so blöd jetzt zu gucken wann der da lang geht ja ich sterb doch eh wieder ja wir warten ja auch oh geht doch sehr tief immer hohe punkte aussuchen auf jeden fall wie das ich hätte warten müssen bis das ding runter geht dann hätte dir auch nicht viel geholfen dann wäre ich aber da hoch gekommen ne du hättest aber keine plattform mehr zum rennen gehabt höchstens zum schwimmen ja man konnte da auch hoch irgendwie ich hab schon wieder die komischen schwarzen biken an der seite hab ich auch genau in seinen fresschen ja wir haben den weg frei müssen wir mal ein paar schokobombs holen kann ich mir ein paar schokobombs holen nein ach man ich will mir ein paar schokobombs holen mir doch egal ich will da ba nein du kommst da nicht von weg weil du musst eh kein level machen mitte mitte hab ich gesagt ich will nicht abstürzen ich hol mir jetzt ein paar schokobombs holen wir wieder verpiss dich warte du kommst mach und der schwachkopf ist weg so ein penner geht mitten in der aufnahme einfach weg ja und ein problem damit ja ja dass wir die ganze zeit waffe abgestürzt mit fliegen oder fliegen jetzt auch fliegen machen können heute doch so wollen wir haben vorhin den rein gefangen so wie du vorhin ja so wie du stopp es kommt doch nicht weg aber du ach egal lecker schmeckt was denn nein ja nein nein aber natürlich nein okay warten wenn ich den aufmachen weil er verzeckt wir schon brauchen ich freue mich frisst du mich frisst du mich ne hau ich dich ja ja du bist schon so behindert fläsch die na ja nix na spielst du gleich wieder in sein maul rein mhm im wasser zu springen ist so mies warum bleibt er nicht einfach auf so ne plattform hängen auf dem trocknen einfach so nein ich hab den button drücken müssen fuck ja ich hab mit dem ding nochmal schwimmen sollen und dann runter gehen ach geh mach doch level 4 mach level 4 darf ich nicht ja nein also das ich wollte nicht ja schaffst du das ja ja ana lalala 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 das war genau facecamern mh ha ha Was? Ich hab mich noch nicht mal da lang bewegt. Ja, genau. Ich bin nur von Ducken hochgekommen. Ja. Ich bin echt nur von Ducken hochgekommen. Der hat sich blöd zur Seite bewegt. Genau. Lag am Controller. Scheiße. Sammle die Dinger ein. Du kannst ja noch nicht mitspringen. Total lustig. Ich glaube, du musst den Pilz dann nennen. Ja. Du kannst wieder nicht springen. Warum? Kommt in dem Moment nicht als Kugel. Weiß ich nicht. Das ist deine Schuld. Ja. So weiter geht, schafft mir das eh nie. Ja. Diese scheiße Level, ne? Ja, alles klar. Aber tust du ihn trotzdem merken wir nicht, ne? Ist egal. Nein! Ich wollte weiter gehen. Ich glaub, da wurdest du gefressen. Kann das sein? Ich war Fischfutter. Fischfutter. Du bist ein Fisch. Ja, wenn du abstürzt, kommst du wieder nach vorne. Hm. Komm ich wieder nach vorne. Toll. Einfach mal so. Einfach mal so. Aber das geil ist, wenn du drückst und dann in den scheiß falschen Moment drückst. Zum springen. Und hast du den Typen voll in der Fresse england. Was war das gerade? Auto. Also. Oh lol. Mäh. Hm. Ja, ja, du mir auch. Das hast du noch eh nicht. Ah, einfach drücken. Buttons smashen. Ja, immerhin 2 von 3. Kannst du noch bei irgendwas? Trotzdem schlecht. Zack. Wer hätte das Schloss gemacht? Ja, du mir auch. wir haben eingesetzt dass wir hinten wieder hinkommt zimmer moment hätten wir auch schön für unten verwenden können wir machen müssen egal hätte mich da auch für geopfert immer ein level hätten hier alle 123 noch machen müssen durch die röhrer sind sowieso durchgekommen ich dachte man kann dich verwirren ich kann schnell wieder verlieren werde die dinge machen voll süchtig war es die schokobahn die riesen heute ganze packung gegessen weihnachten ja dann erst irgendwie war mir gerade klar dass da was ist ich drück nach oben denn geht zur seite doch wenig mehr ist das für eine scheiße ich drück nach oben der geht zur seite ich drück nach oben der geht zur seite das liegt halt an dem controller weil er so alt ist ja warum nimmst du den dann auch er geht zur seite ich drück nach oben er geht zur seite ja nee das deswegen man darf nicht zu doll drücken bei denen das sonst geht er nicht zur seite dabei war doch früher immer so bei den alten kontrollern weißt du doch mit einem anderen controller kriegt das nicht hin habe ich schon probiert fischfutter 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 ha ha ausgetrickst fett sack komm jetzt schaffst du das aber nach wie vielen versuch bop 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 ja sicher ich habe mir jetzt gedacht ach weißt du was wir müssen jetzt mal irgendwann die folgen noch beenden jetzt spielst du mal richtig ja ja so ein spender leute so ein spender was für ein level einfaches ich habe angst oh da kommen hüpferdinger raus bestimmt die sehen so komisch aus ne hm fand ich nicht hm 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 ja heidi-fretzen vielleicht ja ok hm 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 blindly immer zu geil wie das da einfach durchfliegt ne hm Wann macht das Ding eigentlich bumm, jetzt? Weiß ich nicht. Wann macht das Ding eigentlich bumm, Kugel, Willi?